Mitten im Thumb, ne neue Aufnahme, das hab ich überhaupt nicht gern. Ich selber, ich halt mich da lieber zurück. Genau deswegen, das hab ich mir nämlich schon gedacht. Und schon wieder an diese Scheiß... ...hier. Ich darf dann demnächst wirklich... Okay. Das hätte ich ja fast noch überlebt. Das war so eine komische Gestrüpfel. Ich hab aber vorher noch fast 50% Leben gehabt. Da bin ich sicher. Lebensschlucken... ...der Barberjack, was sonst... ...den kennen wir doch auch schon aus Oblivion und aus... Ich schätze, Haskell wartet draußen. Gehen, gehen! Das ist geil... ...den beiden... ...hatten wir hier den Barberjack auch bekommen. Und hat immer so einen Zufallseffekt. Aber ich nehm mal an, hier werde ich den nicht verwenden können. Außer er sagt, behalte ihn ruhig oder so. Aber ich... ...habe so den Eindruck, dass das hier anders läuft. ...hier dürfte fertig sein. Das ist auch meine letzte Aufnahme fürs Erste. Wir haben 1 Uhr 36. Hallo, Haskell. Hallo, Haskell. Wir haben euch zurück zu den Inseln zu bringen. Mein Fürst würde gerne ein paar Worte mit euch wechseln. Wenn es sein muss. Das ging flott. Hallo, Scheo. High five. Seht, Haskell. Gäbelchen ist zurück. Freut mich, es wieder zu sehen. Oh, es ist doch schön, euch zu sehen, Sterbliche. Schätze ich. Ja, hier sind sie. Wundervoll. Ich nehm ihn mir gleich mal. Gäbelchen. Ich habe dich so vermisst, Gäbelchen. Wir werden uns nie wieder trennen. Es beschert mir eine Gänsehaut. Ihn wieder in Händen zu halten. Was ist mit diesem Staat? Ah, der Wabbajak. Maleel hat ihn viel zu lange in diesem staubigen Grabmal gehabt. Sagt, warum schüttelt ihr ihn nicht ein wenig aus? Warum nehmt ihr ihn nicht und setzt ihn gegen ein paar dieser selbstgerechten Tempelkerle ein? Was kauf ich mir damit ein? Es gibt keinen Grund, euch euren hübschen sterblichen Kopf darüber zu zerbrechen. Der Wabbajak, er entfesselt das wahre Potential in jedem. Die unerkannte Essenz der künstlerischen Schönheit, die pocht und schlägt in dem... Seht mal! Ihr wollt doch das Buch! Dann verprügelt halt ein paar Leute mit dem Wabbajak! Wenn er darauf besteht. Das muss ich ausprobieren, wenn ich kann. Probiert den Wabbajak aus. Ausrüsten. Der Wabbajak. Gut. Schaut aus wie ein Wabbajak. Ähm, aber an was probiere ich denn jetzt aus? Was probiere ich denn jetzt aus? An was probiere ich denn jetzt aus? An was probiere ich denn jetzt aus? Was ist ein Männchen mit dir? Ein Clan-4 zu haben, dann erscheint ein Clan-4. Äh... Gut, da ist ein Mist-Dings da. Tammere... Pause. Okay, das hat eigentlich nicht allzu lange gedauert. Äh... Und schau doch, die Schau da ist. Ich denke, ich soll das jetzt ausprobieren. Äh... Ich begreife gerade nicht viel. Aber an wen oder was soll ich denn ausprobieren? Nein! Was mit'n das jetzt? Ich... 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 Densten... Ich weiß jetzt... O.k. Ich helfe das durch die Bühne... Äh... gut es ist das selbe Effekt zu sein den ich ganz gerne mehr schenken was der Obliefer gemacht hat weiß ich nicht mehr ich möchte den gerne grüße gut das muss natürlich geübt werden das bist du geworden seid gegrüßt gut 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 wie du nimmst auf du bist nicht gegründet gott du bist die angst die du wie die ein egal keine Ahnung ich hab's nicht so genau sehen können ein wenig eingerostet aber nicht schlecht es ist so lustig euch stärken zuzusehen wie euch mit Dingen abmüht die ihr nicht verstehen könnt ich brauche das jetzt wie versprochen das Buch nur zu nehmt das merci sobald es euer ist wird es euch geradewegs zurück nach Tamriel schicken merkwürdig wie Bücher die Angewohnheit haben einen an andere Orte zu versetzen haltet einfach die Luft an und schließt die Augen und zählt bis sagen wir mal eine Million in Ordnung eins zwei drei eine Million der Zirkus des Verrückten abschlafen und das ist wieder mal ein Titel glücklich sein heißt einsam sein einsam mal sein mal glücklich sein das ist wieder typisch das ist wieder typisch das ist wieder typisch das ist wieder typisch oh boah ey dann hoffe ich dass ich diese fest abschließen kann wo geht's denn jetzt hier weiter die wird jetzt hier hoffentlich gleich erscheinen die wird jetzt hier hoffentlich gleich erscheinen komisch wo diese Verzögerung nachher kommt ich verstehe es gerade nicht ah ihr seid zurückgekehrt habt ihr das zweite Buch ja hier ist das Buch hervorragend der Zirkus des fröhlichen Abschlachtens was für ein Titel ich beginne umgehend mit meinen Untersuchungen ich kann es kaum erwarten gut reduziert Kosten noch einmal das ist mir lieber als maximal Magiker weil das halt pro Spell ist jetzt habe ich im Grunde 14 14 14 weniger möglicherweise habe ich sogar schon Spells die ich kostenlos krieg die ich kostenlos krieg ne bei weitem nicht ich mach da wenigstens also jeder Spell ich kann sie die und ich muss schon wieder die Waffe wechseln 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 Für heute mache ich Schluss und wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder.